Denkmalschutz versus Windräder. Häufig gab es auch darüber lange Rechtsstreitigkeiten. Nun aber sollen die Windräder von überragendem öffentlichen Interesse sein. Hier haben wir eindeutig jetzt als Gesetzgeber den Willen zum Ausdruck gebracht, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien absoluten Vorrang hat. Und diese Klarstellung wird auch zu einer Vereinfachung bei den behördlichen Genehmigungsverfahren führen. Mission Ökostrom. 2030 sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Jetzt sind es knapp 50%. Das Ziel hingegen, 2035 nur noch Ökostrom ins Netz einzuspeisen, verwirft die Regierung wieder. Die FDP hatte sich gewehrt. Die Liberalen setzen auch die Abschaffung der EEG-Umlage durch. Wir werden im Rahmen dieser Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes sicherstellen, dass wir das EEG auch enden lassen. Dass es ein Enddatum für diesen planwirtschaftlicheren Ansatz gibt. Und stattdessen wir den Weg freimachen für eine marktwirtschaftliche Energiepolitik. Zudem sollen künftig die Länder verpflichtet werden, 2% ihrer Landesfläche für Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen. Sie können selbst entscheiden, wo. Zuletzt waren in Sachsen und Bayern kaum neue Windräder genehmigt worden. Vorwärtsverteidigung von Bayern. Was uns an den Plänen aus Berlin etwas stört. Wir spüren, dass bei den gesamten Gesetzen wieder ein Rückschritt gemacht wurde. Die ersten Ideen waren weiter. Rückschritt heißt, die Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energieanlagen werden nicht schneller gehen. Die bleiben auf dem gleichen Level, was dann Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern wird, bis wir vorankommen. Am Donnerstag soll das Gesetzespaket durch den Bundestag gebracht werden. Jahrelang stockte der Windkraftausbau. Jetzt aber soll der Turbo eingelegt werden. Die Ziele sind gesetzt, aber die Hürden sind groß. Widerstand in der Bevölkerung, fehlende Infrastruktur und auch Fachkräftemangel in der Windbranche.